Ich zähle 1, 1, 2, 3! Fuck. Das reicht nicht, Laura! Mann! Hm. Sarah, ich sag das nur ungern, aber wir brauchen eine größere Inkursion. Ach, Mann. Okay, eine größere. Oh. Ja. Ja. Ja, okay. Hm. Ja. Das hat jetzt viel gebracht. Äh, so mal ein Licht schon hier eingeschaltet. Hm. Hm. Okay, okay, okay. Ach, halt. Hä? Was? Nerv. Okay, ach so, da ist noch zu. Oh, scheiße. Ja, das bringt nix. Das reicht nicht, Laura! Komm schon, irgendwie... Warum hält die sich da nicht fest? Mann! Nerv. Okay, 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 okay. Ich muss mal nachdenken. Okay, okay, so. Okay, okay, so. Okay. Ich probiere es einfach mehrmals. Lara, ich sag das nur ungern, aber wir brauchen eine größere Inkursion. Ja, wo soll ich die herkriegen? Mit ein Öffnung gleichzeitig könnte es reichen. Ah. Okay, das soll ich... Ja. 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 Komm, schnell. Wow. Höh. Ja. Wir sind draußen, aber alles stirbt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Der Hubschrauber ist sehr gut mit mir. Fuuuck. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel rede. Ich glaube, ich muss mich... Alter. So gut konzentrieren. Oh, fuck. Hey, hey, hey. Scheiße, hier brennt alles. Hoffentlich haben es die anderen Geschäfte. Weil das mit den Explosionen hätte direkt angefangen. Da konnte jemand definitiv nicht die Schmerzen ertragen. Könnte ich aber auch nicht, wenn es bei mir... ...rennen würde. What the fuck? Nimm mit, schnell! Los, schnell. Schnell. Wollang? Ich renne einfach mal hinterher. Komm schon. Nein, werde ich nicht. So. Los geht's. Weiter. Hopp. Scheiße, Alter. Ich bin gerade so Adrenalin geladen irgendwie. Da passiert gleich was. Da passiert gleich was. Farrah, James. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie drehen mich nicht als Bedrohung. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann Sie nicht befreien, Oliver. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Doktor Wittman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich, äh, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Schlappschwanz. Ich hab langsam das Gefühl, der gehört zu denen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich. Und jetzt bist du. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst. Sondern darum, was du bist. Himikos Blut fließt durch deine Ader. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler hab ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren hab ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von dies Mord. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Ich bin hinter euch. Sie müssen ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz von uns. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffe. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Lauf weiter, Sam. Ich komm von irgendwie raus. Ja. So, jetzt haben wir Sam gefunden. jetzt stehen wie auf der Speisekarte. Und zwar schon... Wow! Schneller Nichtvorbereiteter Waffenwechsel! Eieiei! In die Fräse. Oh nee. Uah. Alter. Na toll. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Komm Lerber, schnell. Ich hab schon gedacht, das hat ne Bedeutung warum der Scheinwerfer so in die Richtung geschwenkt hat. Scheiße. Mal sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, Alter. Das ist ja grad so ultra spannend. Fuck. Gut, gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich muss mal mehr reden. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook. Und wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei. Ja. 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 Ja.